Ja, inzwischen habe ich hier eine große Aufräumaktion gestartet und diese Fläche hier freigeräumt. Denn jetzt möchte ich mal das Kork verkleben, damit das Ganze neu vorangeht. Aber erstmal muss ich anzeichnen, wohin der Kork denn gehen soll. Das sind genau 30 Abstand. 30 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 32 33 33 33 35 34 35 So. 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 No moments. So. 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 Das war's. 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 Und. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wenn das jetzt nicht anfängt zu rutschen, schicht das in Gewicht.